So, mein ganz herzliches Willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Ja, liebe Freunde, ich lebe tatsächlich noch. Wer hätte das gedacht? Ja, es ist ziemlich viel passiert, seit ich das letzte Mal so ein normales Video hier gemacht habe. Ich denke mal, die meisten von euch wissen das. Gold steht aktuell über 2000 Euro pro Unze auf einem absoluten Allzeithoch. Und es ist tatsächlich absehbar, dass es möglicherweise sogar noch weiter steigt. Und Silber ebenfalls nicht gerade günstig, bei fast 23 Euro die Unze. Und auch wenn es darüber sehr viel zu sagen gibt, möchte ich da eigentlich, glaube ich, sogar noch mal tatsächlich ein spezielles Video zu machen. Vielleicht. Ich werde es heute so ein bisschen kurz ansprechen. Aber im Großen und Ganzen ist das hier so ein generelles Markt-Updates-Video, in dem ich auch einiges an Neuerungen an euch weitergeben möchte. Ja, wundervoll. Bevor wir das auch wie immer gleich machen, die kurze Erinnerung, falls ihr nach wunderschönen historischen oder modernen Gold oder Silber, Münzen oder Barren oder auch anderen Metallen auf der Suche seid, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr uns auch eine Mail schreibt an die E-Mail-Adresse hier unten in der Videobeschreibung. Dann bekommt ihr von uns die aktuelle Bestandsliste zugeschickt von allen Produkten, die wir im Moment verfügbar haben. Ihr wisst, zu absoluten Top-Preisen mit absoluten Top-Konditionen, wie zum Beispiel Versand kostenfreier Lieferung ab 100 Euro innerhalb Deutschlands und ab 500 Euro nochmal mit zusätzlichem Rabatt, der sich natürlich danach richtet, was ihr kauft. Und hier haben wir auch nochmal so eine Fliege. Guckt mal da. Viele Leute haben gefragt, wo die Fliegen sind. Aus irgendeinem Grund ist jetzt hier wieder eine Fliege. Das ist die erste, die ich seit Monaten sehe. Liegt wahrscheinlich am Sommer. Weg mit dir. Gut. Soviel dazu. Diese Produkte, die ihr hier vor mir seht, haben wir natürlich ebenfalls verfügbar. 5 Unzen polierte Platte Libertat. Wunderschöne Münze. 5 Unzen Somalia Elefant. Diese hier ist eine 2018er. Wir haben aber auch 2017er und ich glaube auch 2019er und so weiter und so fort. Wir haben auch 2 Unzen Somalia Elefanten. Das hier ist eine Erstausgabe aus 2017. Wirklich sehr, sehr schöne Münzen. Diese auch ohne Flecken und Patina und so weiter und so fort. Auch wenn ich es glaube ich trotzdem dabei geschrieben habe, dass es sein kann, dass welche welche haben. Ich habe bei keiner bis jetzt großartig was gesehen. Also dementsprechend so viel an dieser Stelle dazu. Und dann Washington Quarters und auch viele andere historische Münzen haben wir im Moment auf so einer Art Sale. Und zwar kriegt ihr die im Moment sehr, sehr günstig bei uns. So günstig, wie ihr sie sonst nirgendwo kriegt. Logischerweise. Ja, das ist ja bei den meisten Sachen der Fall aber nochmal günstiger. Und dementsprechend so viel dazu. Und natürlich auch zusätzlich noch mit Mengenrabatt. Je nachdem, wie viele ihr davon gerne hättet. Ja, wunderschöne Sache. Okay. So viel an dieser Stelle dazu. Also, wie sieht es im Moment aus mit den Edelmetallpreisen? Die meisten von euch haben wahrscheinlich mitbekommen, dass die Preise extrem stark gestiegen sind. Ja, und das ist natürlich eine Geschichte, die für die Leute, die schon relativ viele Edelmetalle haben, ganz nett ist. Allerdings wird einem dann natürlich auch relativ schnell auffallen, dass es irgendwie doch blöd ist, wenn man noch mehr kaufen will. Und natürlich ist es für die Leute, die noch mehr kaufen wollten, so ein bisschen ungünstig, weil es einfach ein bisschen mehr kostet als vorher. Jetzt ist es natürlich nicht wirklich absehbar, dass sich das in näherer Zukunft ändert. Es ist sowieso nicht absehbar, dass Gold und Silber großartig fallen werden in den nächsten Jahren. Einfach, das ist ein Grund, dass es uns nicht wirklich besser geht als Gesellschaft so im Generellen und als wirtschaftsstarkes mal gewesen Land. Aber ich denke mal, die meisten von euch wissen das auch und ich möchte jetzt heute hier nicht auf irgendwelche politischen Geschichten eingehen. Das haben wir an anderer Stelle schon gemacht. Aber im Großen und Ganzen denke ich, dass man im Moment mit Edelmetallen nicht sonderlich schlecht fährt. Aber das kann natürlich jeder für sich selbst entscheiden und das ist natürlich in keinster Weise irgendeine Beratung. Ich weiß, dass das kein Wort ist, aber ist mir egal. So, also, das nur ganz kurz zu diesem Thema. Es ist jetzt nicht Unmengen gestiegen, ja, ich glaube, Gold ist so um die 5% gestiegen, relativ schnell in, ich sage jetzt mal, näherer Vergangenheit. Und beim Silber, glaube ich, 10% oder vielleicht ein bisschen mehr als 10% in den letzten Monaten. Ja, ich meine, es ist natürlich einiges, aber es ist jetzt nicht so extrem signifikant. So, bei uns sind die Sachen natürlich weiterhin auch günstig. Und gerade natürlich bei vielen historischen Münzen haben wir sowieso den praktischen Vorteil, dass sich die nicht wirklich mit dem Preis verändern. Das heißt, die Sachen, die vorher jetzt zum Beispiel 9 Euro gekostet haben, kosten immer noch 9 Euro. Die würden auch genauso 9 Euro kosten, wenn der Silberpreis bei 19 Euro ist, ja. Das ist völlig egal. Bei historischen Münzen kommt es nämlich nur auf den Wiederverkaufswert an und der richtet sich nicht wirklich nach dem Silberwert. Deswegen habe ich ja immer schon gesagt, historische Münzen haben durchaus ihre Vorteile. Zum Beispiel haben wir jetzt auch wieder neue Peace-Dollar reinbekommen. Das hier sind ganz schöne in einem Mint-State-Zustand. Der Preis dieser Münzen hat überhaupt nichts mit dem Silberpreis zu tun, ja. Die haben wir jetzt wieder neu da und die kosten nach wie vor für einen Mint-State-Piece-Dollar, ich weiß gar nicht, was der kostet, ich glaube, ein paar und 40 Euro, irgendwie sowas, ja. Und dann hat man natürlich auch zufällige Peace-Dollar, die irgendwie 34 kosten. Und das haben die auch schon von einem Jahr, das werden die auch noch in zwei, drei Jahren, so. So viel dazu. Da hat man einfach etwas relativ Wertstabiles. Gut. So viel an dieser Stelle zu dieser Geschichte. Ich habe aber noch eine sehr wichtige Sache, die ich heute mit euch gerne teilen möchte. Die meisten von euch wissen ja, dass wir hier einen Edelmetallhandel betreiben, schon seit einiger Zeit, beziehungsweise seit jetzt ziemlich genau einem Jahr. Und, also was heißt ziemlich genau, im April ziemlich genau ein Jahr. Und wir handeln ja größtenteils mit gebrauchten Wagen. Und ich denke mal, die meisten von euch wissen das. Und wir kaufen diese gebrauchten Wagen natürlich von Kunden wie ihr, die ihr jetzt dieses Video schaut, an. Und natürlich zahlen wir dafür auch sehr gute Preise und so weiter und so fort. Allerdings sind die Preise bei manchen Dingen natürlich so gut, dass es uns etwas schwer gefallen ist, dort überhaupt nennenswerte Gewinne zu machen. Denn, ihr wisst, wenn Kunden an uns etwas verkaufen, dann möchten sie da von uns natürlich den bestmöglichen Preis deutschlandweit haben, den wir natürlich auch zahlen. Das Problem ist allerdings nur, dass dieser gleiche Händler, der den zweitbesten Preis in diesem Fall anbietet, zum Beispiel auf einem Vergleichsportal wie Gold.de, in der Regel nicht den besten Verkaufspreis anbietet. Das heißt, seine Marge ist wesentlich höher und unsere Marge ist dann sogar noch niedriger als die Marge des Händlers, der den günstigsten Ankaufspreis mit dem günstigsten Verkaufspreis ansonsten anbietet. Das ist natürlich potenziell problematisch. Ich denke mal, jeder von euch würde mir da irgendwo zustimmen. Dieses Problem habe ich jetzt hoffentlich behoben. Denn selbstverständlich kaufen wir weiterhin eure Produkte zu absoluten Top-Konditionen an, wenn sie gerade reinpassen. Ich werde jetzt keine 100 Unzen Krügerrand ankaufen bei einem Unzenpreis von 2000 Euro pro Unze, wo ich dann nichts an anderem Geld mehr habe, um andere Sachen zu kaufen. Das funktioniert leider nicht, weil ich die so schnell nicht verkaufen kann. Ein kleines Unternehmen, ihr wisst Bescheid, das muss man sich so ein bisschen legen, wie es eben auch passt. Aber das sage ich euch auch eben ganz ehrlich dazu. Heißt jetzt übrigens nicht, dass wir keine größeren Beträge ankaufen, nur das ist eben ein enorm großer Betrag. Und den kann ich erstens mal so nicht einfach auszahlen und zweitens mal ist es auch was, wo ich nichts dran verdiene. Ganz einfach. Gut, sei es wie es sei, ich habe dieses Problem hoffentlich gelöst. Und zwar habe ich mich mit der Firma B&M, der Firma, die jetzt diese Edelmetalle vertreibt, hat die mir gehört, haben wir uns beworben, bei der Germania Mint im Partnerprogramm aufgenommen zu werden. Und das hat funktioniert. Und deswegen kann ich jetzt sehr fröhlich sagen, und ich hoffe mal, dass das, wenn ich diese ganzen Importsachen und so weiter geklärt habe, immer noch so fröhlich ist und dann nicht wieder irgendwas schief gegangen ist. Aber das erfahrt ihr dann zu gegebener Zeit, dass wir in diesem Programm aufgenommen sind und ich nun beliefert werde von der Germania Mint als erste Prägestätte, die meine Firma beliefert. Darüber freue ich mich wirklich, wirklich sehr und ich hoffe, dass ich die Produkte, die die Germania Mint produziert, von der ich schon seit Jahren ein sehr großer Fan bin, das wisst ihr, wenn ihr diesen Kanal schaut und auch den anderen Kanal, die Produkte von der Germania Mint sind einfach top, das muss man einfach so sagen. Egal ob Anlage- oder Sammlerprodukte, die sind von der Qualität her herausragend und meiner Meinung nach besser als alles andere, was es am Markt gibt. Nicht vielleicht unbedingt vom Preis, aber definitiv von der Qualität. Über die Preise, das müssen wir uns dann überlegen. Preise und so weiter und so fort müssen wir dann so bauen, wie es passt. Und natürlich wird es auch sehr darauf ankommen, was Import und so weiter kostet. Das ist natürlich innerhalb der EU. Ihr wisst, Germania, man sitzt in Polen. Das heißt, es wird vermutlich keine Unsummen kosten. Es ist jetzt nicht so, wie ich habe auch schon Sachen von der US Mint aus Amerika importiert. Das ist teuer, aber ich denke, wir sollten das in einem sinnvollen Kostenrahmen hinbekommen. Es sind noch so ein paar steuerliche Sachen wegen der Umsatzsteuer in Polen, die etwas höher ist als hier, die aber wieder abgeführt werden muss. Natürlich, weil wir sie ja nicht doppelt bezahlen können, dann würde ja keiner mehr was verdienen. Das ist noch so ein bisschen was, was geklärt werden muss. Da habe ich jetzt schon nochmal beim Steuerberater nachgefragt und ich hoffe, dass wir das klären können so schnell wie möglich. Und dann werde ich anfangen, die Produkte der Germania Mint in meine Liste erstmal aufzunehmen. Ich sage betont erstmal, weil ich natürlich die Produkte immer über die Liste auch vertreiben werde. So wie eben die ganzen Gegenstände aus dem Zweitmarkt, die wir nur über die Liste vertreiben werden. Das wird sich nie ändern, liebe Freunde, weil ich es schon immer gesagt habe. Da gehe ich jetzt gerade vielleicht kurz nochmal drauf ein, weil es manche Leute immer noch nicht so ganz verstehen. Der Grund, warum ich keinen normalen Online-Shop habe, ist, dass ich mit einzelnen gebrauchten Gegenständen, in Anführungszeichen gebrauchten, also aus dem Zweitmarkt-Gegenständen handele. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Bestellung ankaufe oder beziehungsweise einen Ankauf ankaufe von einem Kunden, der mir 20 verschiedene einzelne Seminumismatik- und Numismatik-Münzen verkauft, kann ich nicht diese Münzen alle einzeln in den Shop reinmachen. Das dauert Ewigkeiten. Und ich muss sie dann alle wieder löschen, sobald sie jemand kauft, was in der Regel in 5 Minuten der Fall ist, wenn ich die Liste rausschicke. Das ist utopisch. Das ist völlig lächerlich. Dafür müsste ich im Prinzip jemanden anstellen, der den ganzen Tag nichts anderes macht. Das würde mich Tausende von Euro im Monat kosten, die ich damit nicht verdienen kann, weil es wirklich kleine Beträge sind. Wenn ich allerdings Dinge neu kaufen kann und auch in signifikanter Menge von einzelnen Gegenständen, dann würde es sich auch ein Online-Shop lohnen. Ihr wisst, dass wir eine Website haben, das habe ich schon öfters hier im Video gesagt, da ich keine Zeit dafür hatte, mich da gesund groß zu kümmern, ist diese auch jetzt erst fertig und wird in den nächsten Tagen und Wochen online gehen. Denn dort findet ihr im Moment nicht viel. Ich sage es gleich dazu. Die dient zu Informationszwecken und informiert so ein bisschen darüber, was wir sind. Ja, man hat da natürlich Kontaktinformationen, man hat ein Impressum, AGBs, bla bla bla. Das rechtliche Zeug. Und man hat ein paar Bilder von Münzen und da steht eben, dass wir diese speziellen Sachen ankaufen. Aber man kann nichts kaufen dort. Das geht nicht. Man kann an die E-Mail-Adresse eine Mail schreiben und dann landet man eben genau bei mir im E-Mail-Verteiler. Ja, die Geschichte, die ich jetzt daran aber so gut finde, ist, dass wenn ich, wie gesagt, größere Mengen von Produkten von Negemaniamin zum Beispiel und hoffentlich vielleicht auch von anderen Prägestätten in Zukunft ankaufen kann. Ich habe die World Australia mit angeschrieben. Die haben mir einfach mal nicht geantwortet. Finde ich nicht so nice. Aber gut, haben wahrscheinlich auch Besseres zu tun. Dann ist natürlich der Riesenvorteil davon, dass es sich lohnt, einen Shop aufzumachen mit einzelnen Produkten, Kategorien aufzumachen und dann einfach nur die Bestände anzupassen, je nachdem, was gekauft wird. Ich bin fast am Überlegen, das zu machen. Ich weiß es allerdings noch nicht, ob ich es jetzt tun werde, weil ihr wisst, dass ich alles alleine mache. Alles. Ich habe jemanden, der mir ab und zu so ein bisschen beim Verpacken hilft. Aber ansonsten ich und sonst keiner. Okay, und ab und zu hilft mir auch nochmal einer von jemanden, den ich kenne, beim Aufschreiben von Produkten und bei der Preisermittlung für die Liste. Aber das war's. Also es ist ich und noch zwei Leute, die so ein bisschen helfen. Ich weiß nicht genau, ob ich das Bestellvolumen, denn ihr wisst, dass ich auch diese Produkte natürlich zum bestmöglichen Preis anbieten würde. Ich weiß nicht, ob ich das Bestellvolumen mit einer Website abdecken kann alleine. Und ich möchte mich nicht selbst verauronomissen. Dementsprechend bin ich da sehr vorsichtig. Fallauronomis machen wir auch nochmal ein Video darüber. Sehr interessantes Thema. Die meisten von euch haben wahrscheinlich schon davon gehört. Das möchte ich gerne nicht, dass das mit meiner Firma passiert. Ich wäre gerne in 10 und 20 Jahren immer noch hier. Vielleicht nicht in Deutschland, aber zumindest noch da. Und deswegen bin ich da vorsichtig. Denn natürlich ist es so, dass wenn eine Bestellung eingeht, diese auch zeitnah bearbeitet und versendet werden muss. Ich habe nicht das Problem wie Auronomis, weil ich mein eigenes Geld verwende und auch nichts in irgendeiner Form kaufe, was ich nicht bezahlen kann. Und auch nichts in irgendwelchen Vorverkäufen oder sonst irgendwelchen Geschichten nehme. Und auch nichts in meinem Shop anbiete, was ich nicht lagern habe. Aber nichtsdestotrotz muss das Bestellvolumen irgendwie zu der möglichen Arbeitskapazität passen. Und ich weiß nicht genau, ob das mit einer Website gegeben wäre. Jetzt möchte ich allerdings natürlich auch nicht, und ich denke mal, viele von euch können das ebenfalls verstehen, jetzt möchte ich natürlich auch ebenfalls nicht die Wachstumschancen dieser Firma insoweit einschränken, dass ich keine Website verwende, um das Bestellvolumen dementsprechend etwas geringer zu halten. Das wäre natürlich sehr dumm. Und da ich mich auch selber Bestellungen freue, wäre das nochmal doppelt dumm. Deswegen denke ich, dass ich das machen werde. Es wird vielleicht einen Monat dauern, vielleicht zwei. Ihr wisst, dass wir auch selbst im Moment mit einer Prägestätte in Kontakt sind, also einem sehr kleinen Betrieb, der für uns Produkte selbst herstellen soll. Inwieweit das die nächsten Monate passieren wird, weiß ich noch nicht ganz. Ich hoffe, dass es so schnell wie möglich passiert. Aber darüber kann ich keine wirklichen zeitlichen Einschränkungen geben. Die Produkte mit der Germania Mint werde ich hoffentlich im April anbieten können. Die neuen Produkte und auch die Anlageprodukte, sowohl im Gold als auch im Silber, die tatsächlich überraschend preisgünstig sind. Darf ich nur an dieser Stelle mal dazu sagen. Ich bin sehr gespannt darauf, wie das werden wird. Ich denke mal, das könnt ihr euch auch irgendwie denken, weil ich damit natürlich keine Erfahrungen habe. Nicht wirklich mit dem Kauf vom Hersteller sozusagen. Denn, wie gesagt, wir haben über das letzte Jahr hinweg ausschließlich Geschäfte mit Kunden gemacht. Sowohl im Ankauf als auch im Verkauf. Und das waren auch zu 99% Privatpersonen. Dann hat man ab und zu mal so einen hobbymäßigen Händler dabei, der irgendwie einen Kleingewerber angemeldet hat. Aber das ist ja nichts, was in diesem Ausmaß auch funktioniert. Also ich bin wirklich gespannt. Und ich hoffe, dass ihr dann immer noch hier seid und diese ganze Sache mitverfolgen könnt. Ich denke, es wird sehr interessant werden. Natürlich werde ich euch auch auf dem Laufenden halten. Primär wahrscheinlich auf dem Zweitkanal, weil ich da einfach mehr Zeit habe. Da filme ich so ein bisschen die Arbeit, die ich sowieso mache. Dementsprechend kommen da natürlich viel mehr Videos. Die, die den Zweitkanal kennen, wissen das natürlich. Da kommen ja alle ein, zwei Tage im Prinzip ein Video. In der Regel Unboxing-Videos. Manchmal auch so Videos, in denen ich so ein bisschen über Münzen rede. Aber nichts, was hier so auf dem Hauptkanal in der Regel kommt. Also wie gesagt, ich bin gespannt. Ich hoffe, dass sich die Firma wirklich in einen richtigen... Ich sage jetzt mal einfach so einen richtigen... Lassen wir das mal weg. Einen normalen Edelmetallhandel auch entwickeln kann. Sodass ich auch normale Produkte anbieten kann. Auch Neuerscheinungen mal anbieten kann. Es wäre sehr, sehr schön, weil mir das natürlich bis jetzt nicht möglich war. Aber wir werden sehen. Letztendlich. Ich bin gespannt, was passiert. Ich hoffe, dass alles gut läuft. Und ich hoffe, dass ich euch weiterhin... Die tollen Produkte und den tollen Service anbieten kann. Den wir bis jetzt angeboten haben. Und dann würde ich die Gelegenheit gerne nochmal nutzen, um mich bei allen meinen Kunden zu bedanken. Und natürlich auch bei allen von euch Zuschauern. Und auch bei allen Zuschauern auf dem Zweitkanal. Weil ich da in der Regel keine Zeit habe, das zu tun. Dafür, dass ihr uns unterstützt habt. Und dafür natürlich auch letztendlich, dass ihr eure Produkte zu einem wesentlich günstigeren Preis gekauft habt. Weil es ist ja keine einseitige Geschichte. Also im Prinzip eine Win-Win-Situation, wenn man so denkt. Aber nichtsdestotrotz, vielen, vielen Dank dafür. Ja, dann würde ich sagen, ich hoffe, dass ich demnächst mal wieder mehr Videos machen kann. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Sehr gerne bewerten. Sehr gerne kommentieren. Sehr gerne natürlich den Kanal abonnieren, falls ihr keine weiteren Videos mehr verpassen möchtet. Dann wünsche ich euch noch eine besonders schöne Woche und bis zum nächsten Mal.